So, ihr Hackfressen. Ich dachte wir waren uns einig und bestellen zusammen eine Pizza Fungi. Der Legolas ist Vegetarier. Der Aragon verträgt kein Knoblauch. Und der Boromir mag kein Fisch. Und trotzdem liegt jetzt eine Pizza mit Meeresfrüchten rum. Wer von euch Saftsäcken hat die bestellt? Echt mal, wer war denn das? Oh, das ist so eklig. Jetzt zeig dich schon, du Fischfresser. Den müsst ihr ganz alleine bezahlen. Jetzt bläf mal hier schmeidig. Vielleicht hätte der Pizzamann ja auch nur einen Fehler gemacht. Dann nimmst du den Fisch da runter und wirfst ihn einfach fort. Und das von einem, der kein Knoblauch mag. Darum geht es doch gar nicht. Wir suchen eine Lösung. Und du benimmst dich hier wie eine Diva. Eine Diva? Das sagt mir so ein Vegetarier. Da bin ich raus, Jungs. Ich hab jetzt die Schnauzgestriche voll. Ich will wissen, wer das war. Ja mei, legst du mir im Arsch. Es ist so eklig. Lasst uns doch einfach eine neue bestellen. Die Diskussion führt doch zu nichts. Jetzt übt der Vegetarier hier einen Zwergenaufstand oder was? Und was ist, wenn sie dann wieder einen mit Meeresfrüchten liefern? Trau keinem Vegetarier. Ich war das. Ich war das. Ich hab die Meeresfrüchte bestellt. Ich mag halt graben. Wann den Scheiß kannst du jetzt aber alleine essen, du dreister Hobbit? Du stellst uns mal eine neue, sonst klatscht es aber kein Beifall, Freundchen. Er war ohne Knoblauch. Und ohne Wurst. Und ohne Fischzeug. Aber mit Käse. Hey, wenn ihr Pizza bestellt, wollen wir aber auch. Und bezahlen musste Frotto. Geil. Bestellen mit Meeresfrüchten. Bestellen mit Meeresfrüchten. Leier im Dreier im 3